Und Jokosu zu einer neuen Folge Team Worlds. Ich höre gerade fast gar nichts, deswegen stelle ich mal kurz den Sound ein bisschen hoch. Wir spielen diesmal mal Team, das Match hatten wir noch nie. Okay, es ist auch erst die vierte Folge, aber wir hatten es wirklich noch nie. Oh, die Map kann ich nicht. Ich bin ja traurig. So, ich wollte eigentlich noch erwähnen, was nach meinem neuen ganzen Uploadplan und all diesen Systemen und all der Kompliziertheit, was jetzt so alles wie funktioniert und wann ich aufnehme und wann ich die dann hochlade. Hochladen tue ich dann immer noch weiterhin von Freitag bis Samstag. Ähm, ich hoffe wie immer, dass der Sound jetzt stimmt. Wäre ja eine Unglaublichkeit, ne? Wie immer. Wieso ist das eigentlich immer so in meinen Videos? Also echt. Äh, eigentlich wollte ich noch was anderes zu all dem sagen, aber ich hab das ein bisschen vergessen. Ist doch auch egal. Nein, 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 nein. Jetzt hab ich mich, glaub ich, jetzt schockgejagt, ja. 17, 16, 15... Ich hab um 17,55 irgendwie so. Hm. Also bei der war es 18 Minuten, 15 Minuten, okay. Ähm. Ach, das ist auch egal. Mann, was ist denn hier los? Wieso bin ich heute so extrem schlecht? Ach, hatten wir die Map nicht erst vor kurzem? Fällt mir da gerade ein Jahr an. Im Deathmatch hatten wir die doch vor kurzem erst. Und der Typ sieht einfach die Waffe nicht. Juhu! Äh, was? Shit! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Ninja, für kurze Zeit. Für ganz kurze Zeit. Ähm, jedenfalls hab ich's mir so gedacht, dass... Genau, ich nehme, ähm, dann alles, außer den Sachen, die ich bisherig schon an anderen Tagen aufgenommen habe. Und, ähm, hinzugefügt zu... Also, was eben dann auch... Also, alles außer den Sachen, die ich bisherig schon an anderen Tagen aufgenommen habe. Also, äh, Mini-TT, Mini-TT, genau, Mini-TT, äh, TV-Play und Midweek. Und, dazu, was auch noch von den ganzen anderen abgezogen wird, ist, ähm, Thief-Deadly-Shadows. Ja, also, die erste Folge werdet ihr am Sonntag sehen. Das mach ich jetzt nämlich doch statt, ähm, statt Torchlight 2 noch weiter. Obwohl ich gar nicht mehr... Ich dachte ja, ich hätte, ich würde noch eine Serie brauchen, aber da hab ich mich eigentlich auch vertan. Ich brauchte gar nicht mehr so eine Serie. Das dachte ich nur aus dem Grund, dass ich vergessen habe, eine Serie, die... Von der die erste Folge, glaub ich, am nächsten, warte mal, am Sonntag, genau, die kommt am Sonntag, kommt, ähm, hab ich das nur vergessen zu erwähnen. Das ist irgendwie sowas. Ja. Nee, warte. Nee, am Sonntag kommt ja Thief. Nee, das heißt, am, am Dienstag, glaub ich. Ja, ich glaub, am Dienstag kommt das, äh, dieses Spiel. Das hat mit Spielen direkt zu tun. Hier verrate ich jetzt mal nicht. Keine Ahnung, ob jemand von euch das kennt. Äh, jedenfalls... Warte, warte, nein! Noch 13 Sekunden. Äh, gleich ist... Naja, ungefähr, aber gleich will ich die... Weil ich will nämlich jetzt mal endlich meine drei Minuten einhalten. Weil ich das ja so gewöhnlich nicht geschafft habe. Ähm, und dann die anderen Sachen... Ja, nehm ich eben immer am Freitag auf. Wie immer. Ähm, und lade sie dann auch am Freitag. Also am Freitag auf Samstag hoch. Und dann eigentlich noch den halben Samstag über. Aber... Oh, 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 gleich noch so ein Schluss machen. Ja, Mini-Folge war nur. Aber, man darf noch vergessen. Ah, nein, 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 nein! Und dann zusammen noch wirklich sterben. Ähm, da sich die Sachen dann erst später freischalten, sozusagen. Also ich lasse sie dann erst mal auf ungenüftet. Und dann geht's später erst los. Ähm... Linie, für ein paar Sekunden waren wir an dieser Runde schon. Nur mal wieder an den Titel gedacht. Ähm, und... Die Folge ist jetzt schon eine halbe Minute in Überlänge. Das ist ja unglaublich. Und bei... Entschuldige, dass ich schon bei den Explore Adventure gesagt habe. Das war nur ein Witz. Haha. Hahaha. Der 1. April ist doch schon vorbei, aber ist doch auch egal. Ich meine natürlich nicht den Daumen vergessen. Und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.